Hallo, zurück hier im Städtedreieck. Willkommen zu einem neuen Let's Play Omzi 2. Ja, wir fahren heute die Linie R53, geschildert nur die R53, ne? Und zwar vom Kaisertalmarkt zum Laupendal Hauptbahnhof Südeingang. Ja, so wie ich gerade gesehen habe, unterscheidet sich der Linienverlauf nicht unheimlich von dem der R52, die ja aus der Version 1 noch oder schon vorhanden war. Wir fahren die Linie trotzdem und dann als nächstes die R56 oder eine Nachrichtsplatzlinie. Ich muss mal gucken, was wir denn da so machen. Und ja, wie gesagt, die R53 trotzdem einmal heute abgefahren mit dem Citaro Facelift in der L-Version. So, und ja, dann werden wir uns mal hier an die Starthaltestelle begeben. Wenn ich denn mal wüsste, R49, ja, ne, ist klar, wir müssen natürlich da rechts rein. Das ist dieser mega geile Startpunkt hier, wo noch früher immer die, ja, und da laufen die Leute auch in den Bus, die Busse hier quasi im Haus gespawnt sind. Also, prima Ballerina. Und jetzt müssen wir hier rechts rein. Ja, das ist eine wunderschöne Angelegenheit. Ja, und schon haben wir einen Schaden. Also wer sich das hier überlegt hat, der gehört eigentlich erschossen, muss ich ganz ehrlich sagen. So. So, dann können wir auch direkt reparieren. Ja, 8 Minuten. Ja, Fehler in der Preisprüfung. Ja, alles Tutti. Ist da ganz viel kalt hier drin, ne? Ist kalt, ne? Ja, man steht. Dabei haben wir gerade reales Wetter Hamburg eingestellt. Heute ist in Hamburg richtig schön, so wie hier im Ruhrgebiet auch. Wir haben Sonnenschein, ich sehe gerade aus dem Fenster und keine Wolke am Himmel. Das ist super Wetter. Das ist super Wetter. So, 46. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, wann muss man hier nochmal los? Ja, der Tracker hört jetzt wieder auf. Oh, 38. Ja, das liegt an der Reparatur. Also, ich freue mich. Naja. Jetzt muss ich erstmal den Tracker hier wieder richtig einstellen. Oh, nein, das war nicht meine alten Beine. Sagen Sie mal, das gibt es ja nicht. Können Sie mal ein bisschen Ruhe erfahren? Haltet doch einfach die Fresse. Ja, und jetzt also... Den Punkt hätte ich mir eigentlich in der Version 2 besser hier überarbeitet und so. Und überhaupt war total doof. Alter Schwede. Wir haben die meisten schon, also zumindest die, die ich kenne, schon gesagt, als sie die V1 gefahren sind. Ich verstehe es nicht. Halt die Fresse jetzt an. Mein Gott. Ja, bis gerade hat es hier auf jeden Fall noch geregnet. So, jetzt muss ich mal irgendwas gucken, wo müssen wir denn jetzt gehen? Links. Da habe ich jetzt vor lauter Aufregung und so. Und wir haben grün. Habe ich das vergessen. War vielleicht doch nicht so gut mit dem langen... Achso. Wir haben doch nicht grün, wir haben rot. Da hinten ist die Ampel für uns. Aber wir stehen ja jetzt schon auf der Kreuzung. So, dann fahren wir doch einfach mal drüber. Also, irgendwie hat der Bus ein kleines Problem. Dann beschleunigen. So, weiter geht's. Ja. Ja, die nasse Straße, die scheint dem Bus irgendwie Probleme zu machen. Ja, ist widerlich. Halt die Fresse, ey. Hallo. Hallo. Hände. Hallo. Hände. Hände. Steigt nur alle aus, sie pissen eben. Ja. Danke. Alle meckerfutzi ist jetzt weg. Mensch, 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 Mensch. Ja, dann müssen wir jetzt... Ich glaube, wir müssen da landen. Traumhaft, ihr. So vorwärts kommt der Bus, also... Schon bei, äh, ein bisschen Nässe auf der Fahrbahn hat der schon Probleme. Total geil. Äh, laufen die da alle. Gabelung. Hm, Gabelung ist hier. Eine Gabelung. Laufen aber... Ja, ist schön. Okay. Kannst du mal aufhören rumzuzickeln? Zicken her, du... Das ist echt geil. Das ist echt Hammer. Ja, reales Wetter machen wir da mal eben raus. Hm, benutzernefiniert. Aha, aha. Oberfläche trocken. So, geht's jetzt besser? Ja, vielleicht habe ich mir doch den falschen Bus ausgesucht für diese Strecke. Wie kann ich mir das nicht so erklären, worum der hier so ein Megaproblem hat? Unglaublich. Gucken wir mal schon hier in den Berg gar nicht, worum der Bus ist. Oh, ja. Oh, jetzt wird es spannend. Oh, ja. Die Tachonade gehen immer weiter nach unten. Ja, ein Traum. Und jetzt kommen auch noch scharfe S-Kurven hier. Sehr gut. Gegenverkehr noch besser. Oh. Mann, 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 Mann. Das ist echt traumhaft. Natürlich ist es eine sehr dünne Steinwand, wie man gesehen hat. Also diese Kurven immer, ne? Also das ist irgendwie so auch, äh... Dann speziell hier für Städte-Dreieck ganz viele S-Kurven und Hin- und Her-Kurven und so. Jetzt kommen mir ein bisschen vor wie in der Eifel. Da war ein Loch. Ja, die R-56 werden wir definitiv, äh, mit einem anderen Bus fahren, ne? Ja, ja, so. Zumindest geht es jetzt etwas besser, wo wir die Oberflächen haben. Trocknen lassen. Au, seitdem fahren wir ja auch gerade bergab. Ist ja sowieso immer alles etwas einfacher, ne? Hier hört die Straße dann auf einmal auf. Okay. Mhm. Auch eine sehr spannende Angelegenheit. Also ich würde sagen, hier wären normalerweise Leitplanken. Ich weiß, ich bin jetzt ein Korinnen-Kacker. Sorry, aber... Da fliegen die Pöller, äh, in der Luft. Das ist jetzt wiederum alles nicht so schön gewesen. Oh, 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 rote Ampel. Wir haben direkt auf den Bürgersteig gefahren hier. Ja, ja, Lenkrad, ja. Das ist immer geil, dass der ganze Bus dann zittert, wenn man hinten, äh, mit den Reifen auf dem Bordstein steht. Neu-Occards. 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 Komm, fahr, dann kann ich ausholen. Ja, klar. Wir stehen auf dem Bürgersteig und der Bus kommt nicht aus dem Kater. Ey, das ist so geil. Ey, das kann doch nicht sein jetzt, echt nicht. Ja, jetzt habe ich... Also irgendwie scheint der mir ziemlich untermotorisiert zu sein. Kann das sein? Wenn er noch nicht mal so einen blöden Daimler da wegschieben kann. Hallo. Das ist vor das Let's Fail, ey. Alter Schwede. Vor, geil, ey. Vor dem falschen Bus ausgesucht. Wollen wir nochmal reparieren. Scheiße auf den, äh, ja, fiel an der Bereichsprüfung. Sehr schön. Scheiße auf die Verspätung. Boah, voll die Riesensteine hier. Äh. Äh. Okay. Dann, äh, wollt ihr jetzt nicht mit, oder was? Alter Schwede. Äh, das fängt ja jetzt richtig gut an, hier mit der Linie. Aber scheiß drauf, wir fahren halt Dinge hier zu Ende, ne? Und wenn ich ohne Fahrgäste fahren muss, dann ist mir dann auch egal. Salzmannstraße, Zugang zum Naturkundenmuseum. Und da oben, da hängt ein Wald im Himmel. Ne? Seht ihr das? Ja, ne? Ja, und geht weiter, kurvig, äh, weiter, ja? Na. Verkehrszeichen. Kannst du anders fahren? Nö, kann ich nicht, ich hab jetzt keinen Bock mehr, ich fahr jetzt eben so, wie ich will. Interessiert ja sowieso hier keinen, ob ich, äh, hier so ein, so ein Linie-Dings hab oder nicht. Also, Anzeige, hier vorne und so. Dum-di-dum-di-dai. Na, vielleicht mal kurz was trinken. Wenn wir hier schon rot haben, ne? Na, komm, wettgrün. Bitte, 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 bitte. Tu mir den gefallen. Ja, ich hab' in der Ampelfase hier, wer drüben jetzt, man, wo die erst drohen, oder was? Na, der kommt ja echt gar nicht aus dem Knick, ne? Boah, Alter. Ja, genau, ich hab' mich vom Unfallort entfernt. Mach' ich immer, ne? Und ich fahre immer noch Bus, man glaubt es gar nicht. Also, man hat mich noch nicht ins Gefängnis gesteckt. Wahnsinn, oder? So. So, die richtige Anzeige hab' ich hier drauf, ne? Kann ja jetzt nicht sein, ey. Das ist jetzt schon ein bisschen nervig, ne? Aber nur ein ganz, ganz kleines bisschen ist das nervig. Ganz, ganz kleines bisschen. Das ist da wunderbar. Dass hier kein Mensch mehr einsteigen will. Oh, 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 da will ich mal einsteigen. Yeah, yeah, yeah. Feiern. Bahnhof Griesbach. Genau, hier waren wir schon mal. Hier waren wir schon einmal. Hallo. Interessant. Ich hatte mich irgendwie gar nicht mehr daran erinnern können, dass wir Städte-Dreieck doch sehr häufig gefahren sind eigentlich. Aber hier kann ich mich auf jeden Fall wieder daran erinnern. Das ist schon komisch. Das ist schon so lange her. Oder habe ich Alzheimer? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Da ist frei. Was ist mit Schalten? Von Zugspange. Aha, wir halten nicht. Okay. Also Kuhdorf müssen wir auch nicht halten, ne? Wir haben ja hier einen extra geilen Bus. Wir müssen da nicht mal halten. Nee, nee. Ja, wir sind jetzt mal. Geradeaus. Kreuzkampf! Doch, das ist doch immer eine Ansteigerung. Hallo. Hallo! Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob es schon einen Mod gibt für den Facelift oder für die Facelift-Familie. Der wirklich funktioniert mit der Automatik-Türen, ne? Muss ich mir auch nochmal anschauen. Weil hier zum Beispiel alle Türen immer manuell aufmachen, ist schon ein bisschen nervig. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Hallo. Hallo. 22 Minuten, ne, ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Unglaublich, unglaublich, würde der Josh jetzt sagen. Nein, 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 das ist ja nicht normal. Wo sind wir denn hier überhaupt? Die Gabelung. Noch eins, zwei, drei, vier, fünf Haltestellen. So, und jetzt ist auch der Linienweg im Grunde genau der gleiche, im Grunde seit dem Kreuzkampf, äh, wie der Linienweg der R52. Ich. Ich.